Die Sage – Der Mann ohne Kopf Dietrich von Hohenfels bat den König nach seiner Festnahme inständig, ihn zwar zu bestrafen, aber seine Söhne zu schonen. Der König schaute ihn an und sagte, du weißt, du wirst geköpft. Stell deine Söhne nebeneinander auf, und wenn du nach dem Schlag gehen kannst, soll jeder gerettet sein, an dem du vorbeikommst. Der Henker schlug mächtig zu, der Kopf rollte, aber der Ritter wankte nur kurz. Dann ging er schwankend los und kam nicht nur an einem Sohn, sondern an allen neunen vorbei. Der König wurde schneeweiß, aber er hielt sein Versprechen und ließ die Söhne frei.